10 Behälter sicher Uah! Ich kann es kennen! Oh Alter! Das shotgun, though! Andere Seite! Ja, andere Seite! WTF Leute! Ja, habe ich sogar noch! Jetzt geht es los! Oh! Alter! Hat ja gut geklappt! Alter! Oh! Alter, Mann! Voll in die Wettelung, Alter! Der fliegt voll ins Bett rein! Achtung! Alter! 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 Zwei sind verletzt draußen Leute, zwei sind verletzt. Wo sind wir? Ah Alter. Bleib safe Max, bleib safe. Ja? Ist ja nur noch einer eigentlich. Bleib safe? Ja, ich muss ja weg. Nein, ich muss ja da weg. Danke, danke. Danke, danke. Beleidig. Nein, operativen. Nein, operativen. Nein, operativen. Sehr gut. Das Schad macht 20. Und du? Ja, tschüss. Tschüss. Frost ist verletzt. Really? Pult ist verletzt. Verbündeter verletzt. Ich weiß nicht, es kann sein, dass er die Frost wieder geholt hat. Oder so. Das würde mich jetzt nicht wundern. Okay. Okay, komm. Sagen wir mal Schwitzer. Ein verbleibender Operator vom eigenen Druck. Sagen im Schörper. Eingeleitet. Entschärfer beschütten. Anster Gegner. Gegner eliminiert, eigener Trupp erfolgreich. Beschütten in die Ungefahr und Gehälter um jeden Preis. Anster Gegner. Oh, er pusht mich von hinten. Oh Mann. Eingeleitet. Ja, na, na. Na, na. Was? Und dann noch zwei Züge? Was soll man machen? Überverteilt, ja, die nehmen alle, oh ne, die nehmen doch nicht, ja. Komm, zwei Züge. Nice. Versuch der Gamekiller, die Twitch war hier auf meiner Seite. Das wird sie nicht mehr. Alle sind bereit. 15 Sekunden, ein Kämpfer des eigenen Trucks verbleibt. 10 Sekunden in Rücken. Nur noch einen Gegner. Der Gegner versucht, die Behälter zu sichern. Die Behälter verhindern. Nice. Kaviteria, die Tür. Das fändst du mal nicht. Train. Alter. Krassier 2 Die Hing ist verletzt. Aber ich hab ein Prozent. Ich hab nur noch ein Prozent. Auf jeden Fall. Und in der Lobby kommt jetzt noch einer gleich hochgerannt, da dann, 10 Sekunden übrig, kommt nicht die Lobbytreppe hoch. Einer ist verletzt, Einer ist down einfach im Raum. Jawoll, Mann! Die Gegner konnten... The Bakery. Schon wieder? Einer vom eigenen Trupp verbleibt. 15 Sekunden. Der verbleibende Gegner. 10 Sekunden. 5 Sekunden. Gegner eliminiert. Was sind denn das hier für Triards? Die sollen mal rauskommen. Genau. Jaja, die sterben irgendwie auch noch nicht. Einer ist verletzt. Ja. 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 Jawoll. Die Frage ist, haben sie den jetzt schon wieder geholt oder nicht? Ja, das ist das Ding, man, Alter. Ja, sitzt wieder drüben auf dem Dach da, wo sie vorne auch schon waren. Ja, ich gehe jetzt auf dem Weg, das kommt dann nicht. Soll ich Banner, glaube ich. Oh, Jackman. Ich kann nichts machen, ich könnte nichts machen. So, jetzt müssen wir bloß noch einer sagen, wo der andere ist. Ich habe die Camps im Auge, es gibt zwei Camps und beide gucken Zugänge, das heißt nur das Fenster. Es sind noch zwei Leute, ach du Scheiße, ey. Das wäre nur noch einer, shit. Wie gesagt, zwei Camps gibt es, das sind die Zufahrtzugänge. Nur noch ein Gegner übrig. Da war es da noch einer. Ja, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Hörte, hörte, der ist jetzt wieder weg. Ich zeig, wen da reingeht. Nur noch 15 Sekunden. Der kommt rein. Was? 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 Was ist das? Was? Was ist das? Was ist das? Was? 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 Als ich die Zufragerin habe, Das ist der bleibende Gegner. Gegner eliminiert, eigener Druck erfolgreich. Das ist der bleibende Gegner.